ist leider nicht passiert natürlich wurde entschieden reingeworfen das hat man wohl kommen sie nirgendwo nein das scheiße ich kann nicht durch Fuck! Entschuldigung. Hm. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Eigentlich gar kein... Muss ich eigentlich gar nicht mehr rauf, weil das ist eh... Die machen jetzt eh nur noch Spawn Trapping und während ich Spawn Trapping machen, haben wir eh keine Chance mehr. Da werden eh alle nur noch gegen uns gehen. Wir haben zwei, die voll auf Tank spielen. Ich bin mal gespannt, wie was. Sehr schön. Naja, also schaffen tun wir sie eh nicht mehr, ne. Also... Ich werde vielleicht heute noch ein bisschen MC... äh, Minecraft noch ein wenig... spielen, ganz klar. Ich lasse dich nicht im Stich! Und... Aaaaaah! Hahaha! Vergessen! Ja, gut. Viking Ball geht. Easy. Wow, shit! Ja, das war jetzt nicht so... Nein! Nein! Ah! Das war jetzt nicht so geplant, ne. Das... Hätte jetzt nicht passieren müssen. Ich sollte schnell zurück! Ich... 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 Okay. Ich... Ich... Was hinterfragen wir jetzt mal, lieber nicht? Ich... Wir... ...hunden ihn wieder hoch. Ich... ja so verloren haben wir eh Niederlage ich will auf jeden Fall ein Sieg ah nee es war ein Sieg weil sie ja nicht rein konnten ja gut wer hat am meisten Kills gemacht Akuto ja gut von dem her dann will ich sagen vielleicht werden wir noch in ein Spiel hineingeworfen ich ja kannst du schon äh warte mal abbrechen äh gut so dann spielen wir jetzt noch eine Runde und dann würden wir zu Minecraft wechseln was meint ihr oder sollten wir 50 50 machen ein bisschen oh scheiße ich hab noch nicht mal umgestellt das ist okay und danach kommt noch meine Kraft meine Kraft ich hoffe es ich habe es richtig geschrieben sonst ich habe falsch dann ich bin am Arsch dann viele Minecraft-Spieler sagen Manu du hast falsch geschrieben hahaha ich sehs jetzt schon ich sehs jetzt schon im Chat die werden der Chat wird jetzt wird dann noch Terror machen weil ich Minecraft weil ich Minecraft falsch geschrieben habe und werden sie ihren Held Also mit dem, äh, auf Minecraft kommen wir nachher noch zurück, bye, ganz sicher. Das machen wir heute. Das machen wir dann heute nur. Ich renne natürlich dem Tank hinterher. Ist ja klar. Irgendwie klar. Bei Minecraft ist es dann einfach nicht Java, ne? Leute, dann ist es eine, ist das Minecraft, das ich kenne, halt über Windows. Irgendwie so heißt es, ne? Wo ich dann mit Pi spielen kann. Vielleicht kommen noch zwei, drei andere. Und ja, dort oben ist jemand, der Heilung braucht. Ich gehe rasch noch oben. Das dauert nur ein Moment. Engel an deinen Müttern. Mal schauen, was ich tun kann. Meine Seele ist erleuchtet. Mal schauen, was ich tun kann, was ich tun kann, was ich tun kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Hilfeeet. Hallo Genji. Oh, da, Mannu. Wie sind die hier oben, wer... Och, komm schon. Ich steigere deine Fähigkeiten. Sehr schön. Das war ein Sieg. Das war ein klarer Sieg. Dieses Mal war es ein klarer Sieg. Und ich habe eine Anerkennung. Sehr schön. Die hat sich auch gespielt. Oder ja, weiß auch immer. So. Dann habe ich eine neue Battle Pass Stufe erreicht. Danke für das gute Heilenwort. Ich speile. Ich spiele jetzt noch eine Runde. Danach gehen wir zu Minecraft. Ich würde sagen. Zu Minecraft. Und zwar auf der Windows Edition. Sag ich mal. Nicht auf dem Java, sondern auf Windows. Auf der Welt, auf der wir schon gespielt haben, würde ich sagen. Auf der ihr auch schon gesehen habt. Und in... So ein, zwei Wochen habe ich ein Special Minecraft Video für euch, wo ich dann machen werde. Wo ich dann auch etwas vorbereitet habe. Und wo ich dann gerne einige Leute auch dann dabei hätte. Also es ist Single Player, von dem her, ich hätte euch dann einfach gerne im Chat, ne? Ich habe ein... Ich habe etwas vor in Minecraft, ich habe dort etwas cooles gefunden. Das würde ich gerne in so ein, zwei Wochen streamen. Und will es dann einfach noch richtig hinkriegen, dass ich das kann. Und dann... ...würden wir es schaffen. Ich habe nicht mit dich verloren. Dann würde ich das streamen. Und es wird... Ich kann euch sagen, es wird gut. Es wird lustig. Denn es geht auch... Es hat mit Orientierung zu tun, ne? Das, was ich euch verraten kann, es hat etwas mit Orientierung zu tun. Und Leute, die meine Minecraft Videos schon gesehen haben, die werden sehen und auch bemerkt haben, wenn ich orientiere uns in Minecraft, ich sei einfach. Wow! Das wäre es jetzt fast geworden, ne? Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich reingefallen wäre. Samasho Cosplay, falls du noch drin bist. Kannst du diese Knappheit bitte... Ähm... Kannst du es bitte trotzdem klippen und... Mein Geist ist entflammt! ...und in die Clips... ...reintun? Gerne. Ja, gerne klippen und in die Clips reinstellen. Das ist... Weil das ist... Das war echt... ...nicht so einfach... ...dass ich nicht reingefallen bin. Das ist... Das war... ...eher... ...ich würde sagen... ...Glück. Ich hatte wirklich mehr Glück als Verstand. Boah! Ja, dorthin... Dorthin kann ich leider nicht kommen. Tut mir leid. Das finden mir zu viele Gegner. Tut mir leid. Dann würde ich selbst auch sterben. Boah! Ey! Sehr schön! Ich steigere deine Fähigkeit. Boah! Boah! Wo ich hingehe... ...vielgen Flammen. Oh! Boah! Ey! Das ist echt mehr Glück als Verstand, ne? Ich meine... ...eins zu null. I'm a hacker. Geben wir ihnen, was sie verdienen. Bringen wir es hinter uns. Clip steht. Super, danke. Und ihr habt gesehen, was hier im Chat abgeht... ...in... ...was im... ...Chat von Overwatch gerade abging, ne? Das habt ihr gesehen. Das ist krank. Danke. Das war ja wirklich krank. Das war ja wirklich krank. Übernehme den Sieg. Ihr Samt. Ich erhöhe deinen Schaden. Töten ist niemals sauber. Fällt es in die Sons? Aktiviere Rechentral. Äh. Du bist so dichter, ka? Du bist so dichter, ja? Du hast auch das gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's und geh zu, wie ich da hinten Ja, so Ja, aber dann müsstet ihr mir bitte auch noch die Leute vom Leib halten Verstand Oh Gott Gut, jetzt müssen wir aber wirklich zum Ziel, ne? Leute, ich brauch Hilfe Manuel, da komm bitte zum Zielpunkt Weil Ich würde schon gerne beim Zielpunkt ein bisschen sein, dass wir auch gut den Zielpunkt einnehmen können und wir haben's Ich wollte den Zielpunkt nicht falsieren Mal schauen, ob ich ein Highlight des Spiels was ich Bis zum nächsten Mal.